Hallo Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Datei oder einen Ordner löschen, die aufgrund von Schreibschuss, fällenden Zugriff, Virusinfektionen oder Öffnen einer Datei in einem unbekannten Programm nicht gelöscht wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie den Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Sie können einen Ordner oder mehrere Dateien nicht vollständig von einem Computer oder Laptop löschen? Gibt Windows einen Zugriffsfälle aus? Dies kann aus verschiedenen Gründen beim Löschen bearbeiten oder Überschreiben von Daten geschehen. Überprüfen Sie die Fähigkeit, auf das Gerät zu schreiben, von dem Sie Dateien löschen möchten. Das haben wir in den vorherigen Videos. Wir haben uns angesehen, wie der Schreiberschluss von verschiedenen Geräten entfernt wird. Der Link wird in der Beschreibung sein. Wenn Sie während des Löschvorgangs die folgende Meldung erhalten, dieser Artikel konnte nicht gefunden werden, überprüfen Sie den Speicherort dieses Elements und versuchen Sie es erneut. Der Computer ist höchstwahrscheinlich mit einem Virus infiziert. Sie müssen im angesicherten Modus boten. In der Beschreibung befindet sich ein Link zu diesem Video. Wenn die Ursache der Sperre ein Virus ist, können Sie in den meisten Fällen Dateien ohne zusätzliche Aktion löschen. Wenn Windows eine Meldung über das Fehlen von Rechten zur Änderung von Dateien anzeigt, starten Sie unter dem Administrator-Konto des Computers. Wenn Sie das Passwort nicht kennen, haben wir besprochen, wie es gelöscht werden kann. Siehe den Link in der Beschreibung. Wenn Windows die Meldung anzeigt, dass die Datei oder der Ordner beim Öffnen in einem anderen Programm nicht gelöscht werden kann, merken Sie sich den Namen des Programms. Befolgen Sie diese Schritte. Drücken Sie Windows Plus R, geben Sie im Ausführungsfenster resmon.exe ein und drücken Sie Enter. Suchen Sie auf der Registerkarte Übersicht das Programm, das die Datei-Installation stört. Klicken Sie mit der rechten Maus-Taste drauf und wählen Sie Prozess beenden. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn der Programm-Name auf der Registerkarte Übersicht mehrmals wiederholt wird. Versuchen Sie erneut, Dateien zu löschen. Wenn Sie Dateien oder Ordner nicht löschen können, stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Wenn Euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Glück!